Schlechtes Wetter soll abgeschafft werden. Angela Merkel, DFB-Präsidentin. Und der letzte Freitag im April sollte zum Tortellini-Freitag Feiertag ernannt werden. Ja, es gibt eine Menge skurriler Petitionen im Netz, aber natürlich auch mindestens genauso viele Ernstgemeinte. Solche Petitionen sind eine von vielen Möglichkeiten, wie Bürgerinnen und Bürger sich an der Politik beteiligen und mitsprechen können. Und genau darum geht es in diesem Video. Bürgerbeteiligung, was ist das eigentlich genau? Und was könnt ihr konkret tun? Was hat Bürgerbeteiligung mit Demokratie zu tun? Und gab es sowas auch schon in der DDR? Genau das erfahrt ihr alles hier, also bleibt dran. Ihr kennt alle mindestens eine Form der politischen Beteiligung. Wetten wir? Richtig, Wahlen. Regelmäßig wählen wir ja Vertreterinnen und Vertreter aus, die uns bei politischen Entscheidungen repräsentieren. Dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Das erfahrt ihr, wenn ihr oben auf das i klickt. Und daran erfahrt ihr, warum Wahlen generell so wichtig sind. Für viele sind Wahlen tatsächlich auch die einzige Form, wie sie am politischen Prozess teilnehmen. Aber es gibt eben noch viel mehr Möglichkeiten der Beteiligung oder auch der Partizipation, wie man mit einem Fachbegriff sagt. Ziemlich naheliegend ist die Mitarbeit oder Mitgliedschaft in Parteien. Auch dazu gibt es schon ein Video von uns. Und auch das findet ihr natürlich oben auf dem i. Wenn ihr politische Entscheidungen direkt und selbst treffen wollt, dann müsst ihr aber nicht zwangsweise in die Politik gehen. Auf der Ebene der Bundesländer oder der Kommunen gibt es nämlich manchmal auch sogenannte Volksentscheide. Das bedeutet nicht die gewählten Vertreter, sondern die Bürgerinnen und Bürger einer bestimmten Gegend selbst, beschließen oder verwerfen ein Gesetz. In Deutschland hat zum Beispiel die Entscheidung der Bürger über den Tiefbahnhof Stuttgart 21 große Wellen geschlagen. Nachdem es enorm viel Streit um den Bau des Bahnhofs gab, haben die meisten Menschen 2011 dafür abgestimmt, zusammen mit der Landtagswahl. Seitdem wird an diesem Bahnhof gebaut, denn es wurde für den Bahnhof gestimmt. Wenn ihr schon mal in Berlin wart, dann habt ihr vielleicht auf dem Tempelhofer Feld gechillt. Der ehemalige Flughafen ist ein sehr beliebtes Ausflugsziel in der Hauptstadt. Eigentlich hätte er teilweise bebaut werden sollen, aber die Bürger haben das mit einem Volksentscheid 2014 verhindert. Vor einem solchen Volksentscheid gibt es oft ein Volksbegehren. Das ist die Forderung der Bürger, dass es überhaupt einen Volksentscheid geben soll. Kommt der Gesetzesentwurf, über den die Bürger abstimmen sollen stattdessen vom Parlament, nennt man das Referendum. Das vielleicht bekannteste Referendum war die Abstimmung über den Brexit 2016. Die Mehrheit der Briten stimmte dafür, dass Großbritannien aus der EU austreten soll. Letzteres nehmen Kritiker von Volksentscheiden oft als Beispiel. Sie sagen, die meisten Entscheidungen sind viel zu komplex, um sie auf eine einfache Ja- oder Nein-Frage runterzubrechen. Außerdem haben einige die Befürchtung, dass Bürgerinnen und Bürger im Vorfeld zu einer wichtigen Abstimmung von einer Seite manipuliert, also mit Falschinformationen zu einer Entscheidung gebracht werden können. Die Fans solcher direkter Beteiligungsmöglichkeiten sagen wiederum, dass diese Möglichkeiten die direkte Mitsprache von Bürgern fördern, vor allem der direkt Betroffenen. Gerade auf lokaler Ebene kann das total viel Sinn ergeben. Etwa wenn es um den Bau einer neuen Umgehungsstraße oder eines neuen Schwimmbads geht. Wenn es gerade keinen Volksentscheid gibt, aber euch ein Thema auf den Nägeln brennt, dann könnt ihr auch eine sogenannte Petition starten. Das ist eine Art Beschwerde oder Bitte an den Staat bzw. die Politik. Dazu hat jeder in Deutschland das Recht. Bekommen solche Petitionen genügend Aufmerksamkeit, dann kann man damit öffentlich Druck aufbauen. Ähnlich wie zum Beispiel Proteste das machen. Dazu haben wir schon mal ein Video gemacht, auch das findet ihr oben auf dem i. Eine Online-Petition hat zum Beispiel dazu geführt, dass das sogenannte Upskirting, also das heimliche Fotografieren unter Kleider oder Röcke, seit 2020 verboten ist. Zwei Frauen haben die Petition gestartet und ein Jahr später gab es ein Gesetz für mehr als 80 Millionen Deutsche. Klappt aber natürlich nicht immer. Am Anfang habe ich euch ein paar Petitionen genannt, die wahrscheinlich nicht so viel Erfolg haben. Ich sage da nur Tortellini-Freitag. Wobei ich das gar nicht so schlecht finde, ich habe Ende April Geburtstag, wäre eigentlich ganz schön. Jede Petition wird zwar vom Petitionsausschuss des Bundestages angeschaut, aber je mehr Unterschriften sie hat, desto größer ist natürlich die Aufmerksamkeit. Immer mehr Menschen nutzen übrigens diese Chance. Ihr könnt das übrigens auch machen. Dazu müsst ihr nicht mal volljährig sein. Mehr dazu erfahrt ihr unten in der Infobox. Auch in der DDR konnte man Beschwerden oder Vorschläge an Behörden, die SED-Regierung oder auch an die Parteispitze schicken. Das hieß dann Eingabe. Viele kritisierten darin zum Beispiel die Engpässe in der Versorgung, die ungerechte Warenverteilung oder ihre Wohnungsprobleme. Aber es ging auch um andere Dinge. Ein Brief aus dem Jahr 1989 fordert zum Beispiel Freiheit und Mitspracherecht. Wir haben diese Politik satt. Wir wollen uns nicht mehr bevormunden und einsperren lassen, steht in der anonymen Zuschrift. Auch Jüngere wendeten sich an die Regierung. 1976 beschwerten sich zum Beispiel Jugendliche beim Ministerpräsident Stoff, dass keine Frauen in der Regierung vertreten waren und wollten den Grund dafür erfahren. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Antwort bekommen haben, ist aber eher gering. Denn viele dieser Briefe erreichten ihre Adressaten erst gar nicht. Enthielten sie Kritik, dann landeten sie oft bei der Stasi im Archiv. Ausschriften an den Westen wurden abgefangen. Anders als bei heutigen Petitionen konnte durch die Eingaben in der DDR keine Öffentlichkeit hergestellt werden und sie konnten dadurch eben nicht viele Bürger zum Aktivwerden aufrufen. So hatten sie keinen wirklichen Einfluss auf politische Entscheidungen. Ähnlich aussichtslos war der erste und einzige Volksentscheid in der DDR im Jahr 1968. Rund 94 Prozent der Wahlberechtigten haben damals angeblich für eine neue Verfassung gestimmt. Wie bei anderen Wahlen in der DDR war diese Abstimmung allerdings nicht frei und geheim, sondern von der Staatsführung manipuliert. Das Ergebnis war von der SED vorgegeben und stand praktisch schon vor der Abstimmung fest. Sie sollte aber den Anschein erwecken, dass alles mit rechten Dingen und demokratisch zu ging. Ihr könnt es euch wahrscheinlich denken, in der DDR hatte es gar keine echte und freie Bürgerbeteiligung gegeben. Wenn sich die Menschen einbringen wollten, zum Beispiel mit eigenen Ideen, etwa in den Massenorganisationen oder Betriebsgruppen, dann musste das Ganze in einen von der SED vorgegebenen Rahmen passen. Das Ziel, das Engagement der Bürger sollte nur der Unterstützung des SED-Regimes dienen. Und trotzdem gibt es eine Beteiligungsform aus der DDR, die bis heute gern genutzt wird. Klingt wie ein Widerspruch. Ihr erfahrt aber gleich, warum das keiner ist. Und dazu gucken wir mal auf das Ende der 1980er Jahre. Die Zeit des Umbruchs in der DDR. Ihr erinnert euch. Im Herbst 1989 forderten immer mehr DDR-Bürgerinnen und Bürger demokratische Reformen. Also auch mehr Mitbestimmung. Und die bekam die Opposition in der Zeit zwischen der Maueröffnung am 9. November 1989 und den ersten freien Wahlen in der DDR im März 1990. Bei den sogenannten runden Tischen, nach polnischem Vorbild. Wo sich Regierung und Opposition Anfang 1989 zu Gesprächen trafen. Auch in der DDR redeten die Vertreter aller politischen Gruppen und Parteien, also auch SED und Opposition jetzt miteinander. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Zum allerersten Mal gab es überhaupt Gespräche zwischen SED und Opposition. Die war ja noch kurze Zeit vorher der politische Gegner der SED und ein Gespräch auf Augenhöhe undenkbar. Gesprochen wurde über nicht weniger als die Zukunft der DDR. Das Ziel war, die Voraussetzungen für eine Verfassungsreform und freie Wahlen zu schaffen. Erreicht wurde zum Beispiel auch die Auflösung der Stasi. Neben dem zentralen runden Tisch in Ost-Berlin entstanden auch noch viele weitere auf lokaler Ebene, die sich vor allem mit regionalen Problemen befasst haben. Oder runde Tische zu bestimmten Themen wie Umweltprobleme oder Jugend. Tausende DDR-Bürgerinnen und Bürger engagierten sich eigenständig und sachlich in den runden Tischen und machten Politik damit zur Bürgersache. Und das, obwohl sie so viele Jahre in einer Diktatur gelebt hatten, in der quasi alles zentral von oben vorgeschrieben wurde. Oder vielleicht auch gerade, weil sie das erlebt hatten. Nach den freien Wahlen am 18. März 1990 sind nicht nur die Herrschaft der SED und die Diktatur in der DDR-Geschichte, auch der zentrale runde Tisch wird als Institution überflüssig. Aber die vielen runden Tische in der ganzen DDR haben eine ganz wichtige Aufgabe erfüllt. Den friedlichen Übergang von einer Diktatur in eine Demokratie begleitet. Einige Monate später, am 3. Oktober, war Deutschland nämlich wieder eins. Diese runden Tische als demokratisches Gesprächsforum sind aber geblieben. Die Idee ist, möglichst viele Interessengruppen sitzen gemeinsam und gleichberechtigt an einem Tisch. Der ist nicht immer rund. Dort sind alle gleich. Es gibt keine schmale Seite für die Chefs oder keinen Eckplatz, auf dem man sich ausgeschlossen fühlt. In der Praxis sind zwar nicht alle Tische wie gesagt rund, aber es geht ja um die Idee der Gleichberechtigung im Gespräch bei der Suche nach einer Lösung. Auch in der Schule eignet sich diese Methode. Zum Beispiel zum Thema Mobbing. In diesem Fall könnten sich alle Betroffenen zusammensetzen. Die Mobber, ihre Opfer, Lehrer und vielleicht sogar noch Experten von außerhalb. Und eine gemeinsame für alle geltende Lösung finden. Auch beim Bahnprojekt Stuttgart 21 gab es runde Tische. Runde Tische sind eine dialogorientierte Beteiligungsform. Im Mittelpunkt steht nämlich der Austausch von Argumenten und natürlich im Idealfall das gemeinsame Finden einer Lösung. Solche Formen der Beteiligung existieren neben klassischen Beteiligungsformen wie zum Beispiel Volksentscheiden oder Referenten, die wir uns am Anfang angeguckt haben. Das läuft also parallel. Vielleicht habt ihr auch schon mal was von den Bürgerräten oder Bürgercafés gehört. Auch das sind beliebte Beteiligungsformen. Bei Bürgerräten werden zum Beispiel zufällig normale Bürger ohne Vorwissen ausgewählt, die dann für eine bestimmte Zeit miteinander über Themen diskutieren. Ihre Ergebnisse präsentieren sie dann später der Öffentlichkeit. Das gibt es auch für junge Menschen. Das heißt dann Jugendrat oder Jugendgemeinderat. In der Stadt Koblenz ist der Jugendrat zum Beispiel ein offizielles Gremium, das die Interessen von Kindern und Jugendlichen bei Entscheidungen der Stadt vertreten soll. Zum Beispiel haben sie dafür gesorgt, dass Pfandringe an Mülleimern angebracht werden und zu ihren Dauerthemen gehören auch sichere Radwege. So werden die Jugendlichen selbst zu Experten für ihre eigenen Anliegen in der Politik. Ich selbst war auch schon im Jugendgemeinderat in meiner Heimatstadt Ettlingen. War eine wirklich gute Sache. Im direkten Vergleich mit der DDR wird klar, wie wichtig, man kann auch sagen unverzichtbar, die Möglichkeiten einer echten politischen Beteiligung für eine Demokratie ist. In der DDR lag die Macht bei einigen wenigen. Der SED-Führung. Bis die Bürger sie sich zurückgeholt haben oder das Ende der DDR eingeläutet haben. In einer Demokratie, wie wir sie heute in Deutschland haben, liegt die Herrschaft dagegen beim Volk, also bei uns. Wir können heute zahlreiche Mitbestimmungsmöglichkeiten nutzen. Von ganz traditionellen Formen wie Wahlen über direkte Verfahren wie Volksentscheide bis hin zu ganz neuen dialogorientierten Möglichkeiten wie den Bürgerräten. Solche Beteiligungsangebote nutzen Bürgerinnen und Bürger immer häufiger, um auf ihre Themen aufmerksam zu machen und kommunale, regionale oder auch nationale Politik zu beeinflussen. Gelingt mal mehr mal weniger gut. Gleichzeitig sinken Wahlbeteiligung und Parteimitgliedschaften, also die Instrumente repräsentativer Demokratie, gerade bei jungen Menschen. Einige sind deshalb der Meinung, dass sich unsere repräsentative Demokratie in einem Wandel befindet, hin zu einer noch vielfältigeren Demokratie. Schon jetzt ist es so, dass die verschiedenen Möglichkeiten politischer Mitwirkung nebeneinander stehen und sich ergänzen und sich nicht gegenseitig ausschließen müssen. Übrigens könnt ihr auch ganz einfach solche Beteiligungsmöglichkeiten nutzen. Meistens ist das überhaupt nicht kompliziert und je mehr Leute da mitmachen und je vielfältiger und unterschiedlicher die sind, desto mehr Interessen werden da auch vertreten. Und das ist in der Demokratie natürlich wichtig. Was denkt ihr denn? Sollte es noch mehr Bürgerbeteiligung geben, also zum Beispiel mehr Bürgerentscheide oder Bürgerdialoge? Habt ihr vielleicht sogar selbst schon mal eine Beteiligungsform genutzt, wie ein Jugendrat? Schreibt es gerne unten in die Kommentare und hier neben mir findet ihr noch zwei weitere Videos bei uns. Nämlich einmal eins zum Thema Proteste und eins zum Thema Wahlen. Schaut da gerne mal rein. Schaut da gerne mal rein. Vielen Dank.